So, weiter geht's hier. Incoming. Was macht der denn da? Hier kann ich nur raus, ne? Wie müllig das hier ist. Von wo bin ich denn reingekommen? Okay, ich geh mal hier an den Schalter. Bing, bing. May I help you, sir? Can you tell me if a package was received here on today's training from New York? Certainly, sir. Your receipt, please. What? Your receipt. I'll be happy to retrieve your package, provided you have the appropriate receipt for said package. Uh, I don't have a receipt. Oh, then I certainly can't allow you to sign for it. Regulation number 50073 provides that no cargo... But I don't want to sign for it. I'm afraid I don't quite understand, sir. What is it you wish to do? Oh, God, yes. To see if a package has arrived. Well, how can I possibly see if it's arrived if you don't have the appropriate receipt for said cargo? Well, how do I get a receipt? The shipping clerk at the point of departure should provide the appropriate receipt for all packages received at this point of destination. Oh, perhaps your clerk was a bit negligent? Well, form 20200 provides a forum for customer dissatisfaction. Oh, my God. It's hard, it's hard. It's hard, though. Oh, as you wish, sir. Thank you, sir. Come again. Oh, my God. I'd like to see the shipping manifest, please. Certainly, sir. Thank you. I'll just need to see your receipt first. I need a receipt to see the shipping manifests. Oh, certainly not, sir. You'd need a receipt to receive your baggage. Regulation number 50073. Okay, ich brauche, ich brauche ein Päckchen, damit ich die Liste einsehen kann. Toll. Oh, der Eisenbahn, Dampflokomotiven. Cool. Oh, was ist das denn? Hey, ich habe ein Päckchen. Wie spart man Lagerkosten? Man schickt es einfach per Post, ne? Okay, es ist auch eine andere Person. Pass auf. Geht das Inventar? Ja, bitte. Ja, bitte. Ich würde etwas holen. Sehr gut, sir. Was ist das, was du gerne holen? Sehr gut, sir. Will das be Standard oder Express? Ich weiß nicht, was die Unterschiede macht es? Well, Express kommt da schneller, aber an etwas größer expense. Express, natürlich. Well, ich brauche das sofort. Ich mache es Express. Sehr gut, sir. Und seine Destination? Hier. 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 Kannst du es hören? Sehr gut, sir. Das wird 75 Cent sein. So viel? Erstmal drei Stempel drauf. Ey, da war was zerbrechliches drin. Kriege ich mein Rezept? Danke, sir. Komm wieder. So, lass mich raten. Jetzt habe ich, jetzt habe ich einen Empfangsschein. Hallo. Bing. Ich hätte gern... Achso, warte mal. Hier. Ah nee, ich frage nochmal direkt hier so. Da. Wie? Hier, Inventar. Ich habe eine Quittung. Guck mal hier. Der Schnellaufgleisen. 10. Januar. So, hier. Toll. Lass mich raten. Ich muss jetzt nur noch ein bisschen rumreisen. Oder weißt du, geil, was Zeit verbraten. Das hatten wir schon. Achso, die können wir vielleicht besuchen. Geht das? Geht das? Genau, sowas nennt sich Express. Skandalös ist das. Ortswechsel. Können wir da hin? Pension. Da wahrscheinlich, ne? Ne, das sind wir. Dann was ist andere? Wissen Sie, da gibst du so ein Heidengeld aus, ja? Dafür, dass du Express versendest. Und dann sowas. So. Da. Ich dachte, wir sind in der Pension, aber wir sind ja im Hotel. Ein Hotel. Richtig. Oh mein Gott. Ja. Ja. Das ist woher sie standen. Wissen sie ein paar Wochen. Wissen sie. Aber ich hatte die Vorwärm. Ich hatte die Vorwärm. Rent in Arreers für Monate. Und sie hat sie angefangen. Und sie hat angefangen. Auf die anderen Frauen. Lissi war ein sehr, sehr. Aber ich würde sie nicht so weit verraten. Aber ich würde sie nicht so weit verraten. Und ich würde sie nicht so weit verraten. Ich verstehe. Well, danke, Mrs. Underhill. Du hast du eine große Hilfe. Nicht ein Ding, dear boy. Nicht ein Ding at all. Wenn ich dir helfen kann, sage ich nur die Worte. Die Worte. Worte, worte. Oh mein Gott. Ähm. Sie guckte schon so komisch. Was haben wir denn hier? Eine Truhe. Darf ich aufmachen? Aha. Leer. Aha. Oh. Ein Lip. Kann ich nicht mitnehmen. Auch nicht. Ähm. Da. Da ist ja gar nichts drin. Genau. Was haben wir hier? Oh. Liebe Mrs. Wu. Es tut mir wirklich leid, dass ich die Miete vom letzten Monat noch nicht bezahlt habe. Ich verspreche Ihnen, dass Sie Ihr Geld bekommen. Vertrauen Sie mir. Diese Woche sieht wirklich vielversprechend aus. Der Freund eines Prozenten von Prometheus Pictures hat mir versprochen, dass ich in Ihrem neuen Film eine Komparsenrolle erhalte. Ist das sicher aufregend? Wenn Sie sich also nur noch ein paar Tage gedulden können, dann leite ich meinen Vorschuss direkt an Sie weiter versprochen. Vielen Dank für Ihre Geduld. Sie waren solch ein Schatz bisher. In allem. XO, 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 S. Ah. Nix. Ah, die hat ein Fäbel dafür, dass es so willig ist hier. Die Ecken. Ui. Was da? Rosetta. Rosetta. Another novel in the Harlekin... Nee, Harle... Harlekin Romance Serie. Da hinter, was ist das da? Hm. Wonder if this place is worth looking into. Bildmoor Hotel Bar. Bad Käbel. Neun Uhr. Okay. Ach, sie. Do you have any idea where Elizabeth is now? If I know that girl, she's with a man. Or at a bar looking for a man. No, what makes you say that? The girl was always bringing men home. All hours of the night. I don't like to speak ill of those not present. But between you and me, the girl was a lush and a tramp. She was upsetting the other girls with her behavior. That's why I had to kick her out. Uh-huh. Do you know if Elizabeth received any packages from Europe? Only every day until her beau passed on. Shame. What happened to him? It certainly was. I remember the day that telegram arrived like it was yesterday. Poor thing went into shock. Hasn't worn a stitch of clothing that wasn't black ever since. It started touching the bottle, too. And I don't approve of that at all. No siree. Then she started bringing the men folk into the house. And that was the last straw. I had to get rid of her, the poor thing. Do you recall her receiving anything unusual? Well... There was this queer gem. It was black, strange little carvings on it. She was so proud of it. Showed it off to me and every girl in the house. Personally, that stone gave me the creeps. Find what you're looking for yet? No. No, ma'am. Oh. Ach, sie verursacht mir Gänsehaut hier. Ach. So eine etwas ältere Form von Peggy Bundy hier, ne? Eieieie. So. Aber ich glaube... Ich mach mal hier einen Ortswechsel. Ich glaube... Das Bildmoor Hotel. Da gehen wir mal hin. Jetzt bin ich gespannt. Ich bin gespannt, dass jemand, wie Elizabeth Short, could afford to stay at a place as classy as the Biltmore. When I saw the neighborhood, I knew that this wasn't the world-famous Biltmore Hotel. Just a second-rate invitation meant to attract suckers. Der ist nix. Sieht doch schnieke aus hier. Wie ein Dach. What can I get you? Uh, nothing right now. Maybe later. Suit yourself. Ach so. Warte mal. Haben wir nicht? Wir haben doch, ne? Da. Excuse me. Have you, uh... Have you seen this girl? You a copper? No, buddy. Nothing like that. I knew her fiance. Yeah? Yeah. Well, that Maddie must have been some guy. That's all she ever talks about. You've seen her then? Yeah, she comes in here all the time. Regular results. But she's not in here now, though. Thanks, buddy. I'll try back later. Okay, es ist wieder Zeit vergangen. Okay, wenn Zeit vergangen ist... Das hatten wir nämlich schon mal. Ey, Mann, wo ist mein Päckchen? May I help you, sir? Vom Weiten sieht er aus wie Arthur, ne? Von King of Queens. Aber du vom Weiten. Durch das Pixelige. Ach so, apropos, mein Paket. I'm expecting a package. Do you have a receipt? Yes, I do. Very well done. I'll retrieve your package immediately. Immediately. Ah. I will just have to have you sign for this, sir. Let's see who's signed for Winslows Crate. Hmm. The ABC Moving Company. Thank you, sir. Guck mal. Interessant. Thank you, sir. Wer weiß, wie viele Leute schon vorher diesen Trick gemacht haben. So. Da. Ja, leider, leider. Ich wusste erst ganz spät, dass es der Vater von Ben Stiller war, ja? So. Können wir zu der Moving... Ah, warte mal. Da müssen wir wahrscheinlich... Wir müssen ins Hotel. Wir müssen, glaube ich, da anrufen, ne? Ich probiere mal hier am Telefon. Das war so wichtig. Das wird bestimmt funktionieren. Ja, da. Das war so gut. Du hast ein Listing für ABC Moving Company? Eine Minute, bitte. ABC Moving. Wenn du etwas verabschiedst, ist einfach wie ABC. Das ist Amy speaking. Ja. Ja, ich muss in der Cargo verabschieden. Entschuldigung, Herr. Du musst zu sprechen. Er ist in der Zeit. Oh, ist jemand anderes zu sprechen? Entschuldigung, Herr. Jeder hat nach Hause nach dem Wochenende. Ich war gerade um mich zu locken. Vielleicht können Sie wieder versuchen. Okay, danke. Habe ich jetzt... Habe ich, okay. Oh, wir haben hier ne dunkle Stelle. Speichern. Aha! Marty? Ah, nee, ist der Fahrer. Aber wir wissen... Halt doch hier, warte. Mr. Burns. Okay. Ich finde jetzt aber hier nichts. Oder ist es das AKP? Union Station? Aber ich glaube, das ist öfter Steve. AKP ist sehr häufig hier, ne? So, haben wir hier noch irgendwas anderes? Hier ist so ein Zettel. Liebe Amy, es ist ja so lieb von dir, dass du für mich einspringst, während Jack und ich nach Laguna Beach in die Flitterwochen fahren. Ich kann dir gar nicht sagen, was für eine Erleichterung es sein wird, wenn ich die Hochzeit hinter mir habe und endlich aus diesem Büro herauskomme. Ich wünschte nur, der Zeitpunkt wäre ein wenig günstiger. Diese verdammten Rechnungsprüfer. Man sollte meinen, die hätten besseres zu tun, als so eine kleine Firma wie ABC Moving zu belästigen. Glaub bloß nicht, dass ich das bis zum nächsten Wahltermin vergessen werde. Bis auf das Lieferbuch dieser Woche habe ich mich um alles kümmern können. Ich habe bereits Lieferdetails eingetragen. Du musst also nur noch Liefernummern dazu schreiben. Wir wollen doch nicht, dass die Prüfer in Eintrag nicht finden, nicht wahr? Keine Sorge, das ist dein Klack, solange du die Jungs dazu kriegst, das Buch auszufüllen. Erinnere sie ruhig daran. An manchen Tagen sind sie so störrisch wie Kleinkinder. Mein Nummernsystem ist so leicht wie das ABC. Hahaha, was hängt mir der Spruch mittlerweile zum Hals heraus. Zunächst einmal fängt jede Liefernummer mit den Initialen des Fahrers an, der das Paket liefert. Jede Nummer endet mit der Nummer für den Wochentag, natürlich angefangen bei Montag, gefolgt von den Kalenderwochennummern. Die Initialen des Kunden stehen direkt vor den Ziffern für Tag und Woche. Die Nachnamen einiger unserer Fahrer fangen mit den gleichen Buchstaben an und deswegen schreibe ich für sie auch die Wagennummer dazu. Jeder Fahrer benutzt den Tag den gleichen Wagen bis auf Freitags. Freitag ist bei uns Wartungstag, sodass jede Woche ein Wagen gewartet wird. Sie wechseln jede Woche in numerischer Reihenfolge. Ken hängt an seinem Wagen und hat sich letzten Freitag beschwert, als er die alte Nummer 10 benutzen musste. Aber die anderen beschweren sich nicht zu viel. Oh, bevor ich es vergesse, nach den Initialen des Fahrers musste er den Zonencode für die Absenderadresse eintragen. Gemäß der Gewerkschaftsbestimmung müssten die Fahrer nämlich innerhalb der ihnen zugewiesenen Zone bleiben. Pakete, die von einer Zone in eine andere geliefert werden sollen, müssen dem Fahrer für diese Zone übergeben werden. Es sei denn natürlich, das Paket ist zu groß. Dann verbietet wiederum eine andere Gewerkschaftsbestimmung die Übergabe und der ursprüngliche Fahrer muss das Paket ausliefern. Die Jungs beschweren sich ständig darüber, dabei haben sie doch selbst dafür gestimmt. Ich denke, es wäre einfacher für sie, wenn die Zonen etwas anders aufgeteilt wären. Zone 2 hatte Norden die Innenstadt von L.A. zur Grenze und umfasst das gesamte östliche L.A. Wenn doch nur Florence ein wenig weiter westlich läge, dann wäre es in Zone 3 und nicht in 2. Und da Glendale in 2 Teile geteilt ist und der östliche Teil in Zone 1 liegt, wissen die Jungs manchmal nicht, wie in der Kopf steht. Oh, bevor ich es vergesse, Ken fährt Wagen 1, Odens Wagen ist Nr. 4, O Greens Nr. 7 und Martys Nr. 5. Ich weiß nicht, wie viel du dir aus den Stars machst, aber wenn du mal sehen willst, wo die alle wohnen, dann lass dich von Marty herumfahren. Der kennt sich in Hollywood aus. Ach, das ist der Marty, ne? Erst letzten Monat hat er ein Paket an Gary, an Gary Grant geliefert, oder Carrie, ne? Mann, wäre ich da gerne dabei gewesen. Ich bin nur froh, dass ich nicht Steves Tour fahren muss. Er beschwert sich ständig über den Kerl am Bahnhof. Der ist sogar noch vorschriftsversessener als die Rechnungsprüfer. Steve braucht jedes Mal eine halbe Ewigkeit, um von dem Typ ein Paket abzuholen. Oh, und wenn du nicht weißt, wo etwas hin muss, trage es unter Verschiedenes ein. Wenn irgendetwas Ungewöhnliches passiert, dann bleib ganz ruhig, davon geht die Welt nicht unter. Ich kümmere mich schon darum, wenn ich zurückkomme. Viel Glück, bis in zwei Wochen. Alles Liebe, March. Das schreit doch wieder nach mörderischem Puzzle, oder? Das schreit doch wieder. Er trägt Hosen, aber nur dienstags. Ansonsten sind sie schwarz, wenn sie nicht blau sind. Irgendwie sowas in dem Dreh. Kann man das Licht an machen? Ne, ne? Was ist das hier? Achso, hat man schon. Ah, ich ahne Schlimmes. Was haben wir da hinten? Da. Ah! Oh, da geht's wieder raus. Nee, da, da, da wollte... Ah, da. Warum kann ich hier nicht einfach das Licht anmachen? Was ist das hier? Oh, der Aktenschrank. Gees. Ich weiß nicht, woher zu beginnen. Will ich auch nicht. Alter. Ah, da ist das Bild, den ich brauche. Danke, lieber Zettel. Danke. Danke. Das hätte man jetzt rausfinden sollen. Sokai 52. Weifahrernummer. Danke, lieber Zettel. Da steht da Lieferung durch ABC. Kiste Champagner. Ist klar. Al King Abschluss. Al King Abschluss. Party. Paketlieferung in gutem Zustand. Nein, das wäre nicht alles. Nein, das wäre nicht alles. Okay, das wäre die andere Variante gewesen. Wir hätten uns da wahrscheinlich durchgeklickt. Statt diese einzelne Akte hier rauszusuchen. So. Ah, da ist das Bild, den ich brauche. Okay. Zum Filmstudio. Auf zum Atmen. Mm-hmm. Hiya, buddy. Where's the latest King Productions film being shot? This is it. Stage 10. Thanks, Chief. Hey, wait a minute. It's a close set. You got a pass? I need to speak to Mr. King. Yeah, you and every other schlepp in town. Now unless you got a pass, take a hike. Sind wir jetzt vor der Tür gesetzt worden, oder was? Ähm. Toll. So, können wir da anrufen? Is there a listing for an Elizabeth Short? One moment please. I'm sorry, sir. I don't have a listing for that party. Thanks. Would you like another number, sir? Nee. Never mind. Dann gehen wir mal in die Bar wieder zurück. Vielleicht ist ja noch Zeit vergangen. Ähm. Da. Jetzt. Jetzt. Excuse me. Are you Elizabeth Short? Who are you? I was an acquaintance of Captain Collins. Oh, Maddie. Maddie's dead. Yes, I know. I'm sorry, Miss Short. Thanks, mister. And call me Lizzie. Sure, Lizzie. My name's Jim. Did you... Did you know Maddie very well? Not as well as I would have liked. Everybody, um... Everybody makes them out to be a real hero. Hm. My Maddie. The war hero. Were you a hero, Jim? Oh, uh... I don't know. More than anybody else. Well, how about the hero buys a girl a drink? Sure, Lizzie. I think I want bourbon and, uh... What do you have? Gin. Gin and gin. For the lady. The girl could get to like you, Jim. You keep treating her this way. The girl could get to like you, Jim. Okay, they don't look. You know how to treat a girl like a real lady. You know how to treat a girl like a real lady, Jim? I guess it all depends on which girls you talk to. Can I see the gym Matt sent you? It's... someplace safe. Can you take me there? Are you trying to feed a girl a line, Jim? I'm trying to help you. I've got reason to believe that you're in some real danger. Who would want to hurt me? I don't have an enemy in the world. All I got is friends, right, Ike? You said it, Lizzie. A man named Winslow is after that gem of yours. He's killed a lot of people trying to get it. I think he might have been responsible for Matt's death. Mattie? But... But the army said it was an accident. I don't think so. Buy me another drink. Don't you think you've... I said buy me another drink. If you want, there's plenty of guys in here who will. Alright. Another round for us, Ike. Come on right up. There's not what is in. It's even cheaper than this. By Express. This won't help Lizzie. It helps just fine. Come on, lets get out of here. What for? I don't like it here. Let's go someplace where we can talk in private about Matt and that Jemmy sent you. Mattie? Mattie's dead. What more is there to talk about? I'm sorry, Lizzie. I'm just trying to help. You're too late. Now go away. You're giving me the blues. It's never too late. Alright, how about tomorrow? Yeah. I think so. Hold on a second. Your name Pearson? Yeah. It's for you. Hello? Pearson, this is Sergeant Ramsey, LAPD. Detective Maxwell needs to see you. I'm kind of busy right now, Detective. Can't I wait till tomorrow? Say, how did you know... We found a body and it's been cut up pretty bad. You still there, Pearson? Uh, yeah. Yeah, I'm still here. I'll be right down to the station house. Where at Manhattan Beach? Manhattan Beach? I'm at the crime scene next to the marina. Hurry your ass over here. I'll be right there. I've gotta go, Lizzie. Um... Meet me, uh... Meet me here tomorrow afternoon. I'll buy you lunch. Alright, Jim. I'll meet you. Maybe you ain't so bad after all. Oh, I don't know. Maybe I'm worse. You'll just have to get to know me. Story of my life. Every guy I meet seems to turn out to be a louse. I'll see you tomorrow then. Don't forget. Tomorrow. I'll see you tomorrow. Can I buy the lady a drink? Mister, you just said the magic words. There was no crime scene at Manhattan Beach. By the time I tracked down Detective Maxwell at the station house, I knew something was wrong. Dead wrong. I didn't mention Elizabeth Short, but I did tell him about my call. He looked at me like I was crazy. He hadn't called. The Biltmore was closed, and I had no leads on where Elizabeth Short might be. So I sat, and I waited, and I worried. She never showed for lunch. I had no proof, but I knew Winslow was involved in all this. And I didn't like that thought. I didn't like it at all. And why are we not there hingegangen? Can we there hingehen? Schließfächer. Okay. Okay. So. 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 Er zwickert mich. Um... Oh, das war nicht richtig. Kannst du mich in einen Raum holen? Könnte es sein. Was ist das für mich? Äh... Ah, nett. Ich weiß nicht, ob du mich in oder nicht holen kannst. Du wirst nie wissen, Freunde, oder? Ja, zumindest gehe ich nicht weg, um zu finden. Ach, Menno. Oh... Erstmal das hier. Du bist sicher, dass du diesen Mann nicht erinnerst? Ich weiß nicht, meine Erinnerung ist immer ein bisschen schlau. Ich weiß nicht, was ich? Ihr memory is gonna make me broke. Okay. Die Bar läuft nicht so gut, glaube ich, oder? Aber es würde sicherlich machen, dass ich viel besser fühle. Komm, Nats. Der hat doch gar nichts da drunter. Na toll. Ach, das hat man ja schon. Okay, wir geben ihm Geld. Es ist alles in Ordnung. Los! Ja. Ich bin nicht ein Charity, hier. Was ist in es für mich? Das könnte es sein. Kann ich mich in oder nicht? Ich könnte mich in ein Problem, wenn ich mich. Oh, das ist schön. Ich kann mich nicht in jetzt. Jetzt. Ich komme später zurück. Ich werde sehen, ob ich einen Schraub-Key für dich finden kann. Toll. Es gibt keine Schraub-Keyse in Elisabeth? Vielleicht hat sie einen mit mir verlassen. Aber ich habe keine Charity hier. Was ist für mich? Komm hier, los. Wir kennen den Raum, wir kennen den Raum. Ach, siehste, wir sind hier noch gar nicht lang gelaufen. Aha. Aha. Was ist das? 2.0. Ist zu. Da kommen wir her. 2.0. Das sieht genauso aus. 4.0. 3.0. Ah, ganz nach hinten. So, ungerade Zahl. Also hier, richtig? Jawoll. Na toll. Brauchen wir jetzt tatsächlich den Schlüssel? Oder? Oh, was ist das? Oh, über die Feuerleiter. So, erstmal speichert ihr. So, was haben wir da drüben? Nichts von Interesse. Hier haben wir was. Da kommt... Ach, so. So. Was haben wir da drüben? Na toll. Oh, guck mal. Haben wir da irgendwas hier? Nö, ne? Hier muss doch irgendwas sein. Was... Warte mal, da war... Da. Was ist das? Aha. Oh. Oh. Aha. War aber nicht gut gesichert. Bücher. Psychologiebücher. Okay, das Bett ist gemacht. Da ist ein Wecker. Sieht ein bisschen seltsam aus hier. Hier können wir aber nichts weiter tun. Hier ist so Schublade. Aha. Abgefressene Socken. Dass die Leute nichts... Upsala. Dass die Leute nichts haben, ja? Ja. Hier ist nichts drin. Da ist nichts drin. Es scheint nicht zu sein, was da drin ist. Tabletten? Ja. Hier ist so eine Kommode. Ach, Herr Jeb. Man Parade. How to Trot Man Hand... äh, Man Hand 43, hm? Da sind auch noch mal ein paar Flaschen... Da irgendwas? Nö? Okay, wir haben Schlüssel. Für was denn? Ach, der abgefeilte Schlüssel für das Schließfach. Ohhhh. Okay. Wir haben den Schlüssel für das Schließfach. Wir müssen aber noch herausfinden, wie sie sich die Schließfachnummer merkt. Und in dem Schließfach... Das heißt, Dings hat den nicht dann. Oh, warte mal. Können wir... Da können wir nicht hin. Da könnten wir hin. Mal gucken. Okay, das wird wahrscheinlich schier unmöglich sein. Ja. Ich glaube nicht, dass das Ziel der Sache ist. Oh oh. Es ist eine dreistellige Nummer. Hm. Hm. Come on in. Afternoon, Detective. Where's your friend? That's Detective Vernon. Where have you been since last night? Cruise in Beverly Hills? I thought I might settle down out there, you know. Maybe break into pictures. Okay, schön. You ain't been to see your girlfriend yet? The one you was telling me all about over lunch. You mean Elizabeth Short? Oh, shucks, John. He's got so many girlfriends, he's not even sure which one we're talking about. Can he speak? Maybe, uh... Maybe you should tell me what this is all about, Detective. Just tell us where you went after you left the station house last night. Say, he does speak. You train him yourself? Cut the wisecracks, Pearson, and answer the question. I'm not answering anything until you tell me why you're playing hardball with me, Detective. It's about the short girl. We found her this morning in an abandoned lot. She'd been cut in two. Some sadistic bastard took his sweet time torturing the girl before he butchered her. Right now, you're our prime suspect, wise guy. So now that we've got the pleasantries out of the way, you mind telling me where you went after you left the station house? I was following up leads on my own investigation. What investigation would that be? You see, I did a little investigating of my own. After we talked, I put in a few calls to some boys I know in the military. State Department claims you haven't worked for them for months. My arrangements with the State Department have been pretty loose. I hunt war criminals for them. My men go straight to the Nuremberg Tribunals. Oh, yeah? There were a lot of Nazis roaming around L.A.? I already told you. I'm tracking a former SS agent. Oh, yeah, that's right. X-9. I forgot you were after the boogeyman. Let's quit crying, Wolf. You're holding out on me. You can tell me now, or I can take you down to the station house and let Vernon take a crack at you. I guarantee you'll tell us then. So start talking. Where did you go after you left the station house? Listen, you've got the wrong man. You want a man named Winslow. If you'd listen to my warnings, Detective Elizabeth Short might be alive right now. Don't try to tell me how to do my job. I've put in 22 years here. I've seen some pretty nasty things, but nothing like that sick son of a bitch did to the Short girl. Winslow is a cold-blooded murderer. A cold-blooded murderer I could live with. This is something else. The guy cut her up and he looked like he had fun doing it. Winslow did it. I'm sure of it. I checked around on this Winslow. No one's heard of him. No one's seen him. As far as anyone's concerned, Winslow never existed. But plenty of people have seen you, so let's try this again. Where did you go after you left the station house? I was doing your job. Watch the mouth, asshole. One more time, Pearson. Then I let Vernon tap dance all over your face. Where were you last night? He was with me, Detective. Who were you? She's not... It's all right, Jim. I can handle myself. I'm Alice Casey. I'm staying in room 311. All right, Miss Casey. Let's say he was with you. Can anyone else corroborate this? Alice, you don't... I said it's okay, Jim. Such a gentleman always trying to protect my honor. I'm afraid there is no one else to corroborate. We were alone. What we were doing doesn't exactly lend itself to company. There's something fishy about all of this. Doing my job, huh, Pearson? Don't even think about leaving town. That goes for the both of you. We will be back. Oh-oh. Come on, John. Let's shove off. What? You're gonna let him off the hook just like that? I got my reasons. Let's go. Did I... Did I do all right, Jim? LSU amazing. That was some damn fine acting. I think Mr. Goldman ought to be begging to put you in his picture. I did do all right, didn't I? You were great. Tim, thanks for saying... till they come back... I did so. Don't forget... I did. No. No, no, no. No, no, no. No. No, 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 no. No, no, no. Untertitelung des ZDF, 2020